willkommen zu einer neuen runde und was ich nur anmerken muss wir hatten ja 990 dollar oder so oder taler bekommen ja nur 650 irgendwas gekriegt also das war richtig fett kohle kann aber auch sein dass weil ich ja gerade mit dem handy da im gange war dass ich nur 6 und mehr gekriegt hast genau hier dass ich 600 bekommen habe und insgesamt 990 dass das falsch gelesen habe aber es gab es kann auch sein ja aber es gab fett erfahrungspunkte halt das gibt es doch gar nicht mal dieser wasserscheiß teufel was ich übrigens vergessen habe ich habe hätte die eigenschaften mal ändern sollen hast du nicht habe ich habe der jetzt keine zusatzstärke gegeben aber egal dann beim nächsten mal wo ist die denn jetzt mir aber wieder besorgt ja so scheiße vor allem die kann schon jetzt durch die wände angreifen ist irgendwie muss die hier oben sein oder ich kann mir gleich wieder eine spritze jetzt hat sie mich auch erwischt gibt es ja nicht ist es ist da drüben auf dem dach ist das nicht ich weiß nicht alter das war ja filmreif du hast die grad vom dach geschossen ne ja ja ich gucke so da gerade aus und auf einmal siehst du von links nach rechts so und da schneide ich in zeitlupe das war ja geil das was war das denn er jetzt darf ich mich wieder verbinden ja ja okay für den move könnte ich dir auch eine spritze verpassen so wo geht es denn lang sucht ja mal eine schöne richtung aus ich folge dir unauffällig da hier siehst du ja ich würde sagen nur kurz hier drinnen gab es doch und hier gibt es geld das nehmen wir doch gerne ja und hier gab es irgendwo auch von von uns kasten 75 der scheiß verbandskasten er ist sehr gut okay brauchst du auch verband ich habe energie ist voll bei mir also dann können wir weiter ziehen ok muss immer kurz die richtung gucken ja hier würde ich sagen hier laufen wir lang jetzt können wir natürlich geradeaus rechts und links sind ja genau drei hinweise ich glaube der hier ist sie gut aus wieder durchs wasser ich hasse das ist aber auch so dass die nicht immer da sind die wasserteufel ja zum glück manchmal sind sie auch verreist und so fall um das ist ja irgendwie ein zombie ach da ich hab dich angeschlitzt schuldigung alles klar oder hat er dich getroffen ich weiß das kann auch sein ich dachte nur warum blutet das denn so ich hab leider keine leise waffen okay da hinten ist es aber hier gibt es munition sehr schön du messerst den schon das gut ja und das haben wir auch alle nicht super so dann können wir gleich weiter ja ich würde auch sagen wir laufen weg okay sehr gut ja hunde nun sind schön wenn sie eigentlich gerade beißen hinweis aufdecken sehr schön die spinne haben wir schon gut sie ist sogar hier vor uns ja der ist also spazieren gegangen und dachte er kann dich überraschen aber dann habe ich von hinten geschossen ich habe nur von dir gehört oh ja dann war das geballert ist aber in der nähe ja wenn man trotzdem rein und die spinne machen ja wir gehen trotzdem schon wieder die spinne das ist ja sehr gruselig ich weiß noch nicht wo wird doch irgendwie oben angezeigt oder ja also ich höre sie auf jeden fall krabbeln aber das ist ja ich latsche mal hier hoch das ist ja merkwürdig ja ich habe es ja ich habe es ja ich habe es ja ja ich habe es ja bestimmt ja da sieht man jetzt bin vier spiel spielen so ist ein spielchen wo der hast du das ist aber besorgt und wer schießt ja das war das war ich ja sehr gut schön ist hier kommt sie nicht raus jetzt müssen wir nachladen kommen wir ja immer schön erdrücken das wäre schon die zweite spinne die wir fertig gemacht haben naja wacht mal ab wir haben es noch nicht überlebt ne stimmt wir wissen auch nicht wann unsere komischen frau wenn unsere freunde kommen jetzt ist das giftwolke okay hat sie mir richtig wieder welche verpasst schön nachladen hier oh ey sagen wir der springt hier mal aus dem game raus bei mir was ist denn das schon das dritte mal ich habe schon irgendwas im hintergrund laufen was mich immer im desktop haut da hätte voraus gespuckt stimmt ja nicht und jemand was das geworfen ja ich war das ich habe gedacht ich muss jetzt hier mal aus dem grünzeug raus das ist ja jetzt kommen heil dich endlich ich kann so jetzt und dann kommen greife ich mit an prima aufgeladen jawohl komm herr du spinne ist sie bei dir ja die ist echt nervig muss ich sagen also geht mir ganz schön um den zeiger los denn jetzt schon wieder ja ich habe ja ein verpasst komm spinne kommen putt 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 hmmm lecker käfer und ziehen uh na manchmal ist aber auch echt schwer vom begriff irgendwie das ist okay ich lade mal nach dann kommt es immer angelaufen ja alter trick ja komm nachladen ok viel brauchst du jetzt auch nicht mehr ne das kann man schaffen so diese blöde grüne wolke muss weg alter nicht schlecht wie du deine baller laika spielst alter alter die hat es mir wieder die sind wir besorgt ja ok ich komm mal du bist fast tot jetzt bin ich mal dran wo du es komm da ist sie mach sie tot ja ja komm spinne nimm das ja ja und so dass die wahre geschichte von spiderman jetzt können wir erstmal einsammeln tja jetzt muss man die position halten mhm ach hier echt scheiße hier kann man überall rein ja hier sitzt schon einer und wie gar keine heilung hier ne ich war auch gerade am suchen gucke auch gerade ob hier irgendwelche gegner sind aber hier sehe ich nichts was soll es dann verbinde ich mich noch und jetzt geht gar nicht da ich bin ja auch voll ich habe auch keine spritze scheiße also ich schon brauchst du noch eine ne ich habe auch keine spritze scheiße also ich habe meine energie ist voll meine auch jetzt wo du die verbannt hast ach stimmt das war ja genau so eine special option ne so wie viel haben wir denn 38 prozent oder es dauert noch die gegner das gegner ballern ist immer näher dran ja oh gott und der ausgang ist ganz weit im süden ach du heilige das ist nicht draußen man sieht auch nicht wirklich was ne ist hier nur einen dicken und schlecht wird verbanzen oh das ist gut dann gehen sie hoffentlich uns nicht auf den sack ich kann hier vom paar zombies killen aber du hast recht die können hier wirklich von allen seiten reinkommen ja das ist echt boah das ist so grausam von unten von oben von überall von hinten von hinten wir können das nur noch 25 prozent sehr gut ich puste mal so damit es schneller geht ja ich habe Hunde gehört und dann können wir direkt durchs fenster abbauen glaube ich ja das ist gut 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 ja da stimmt ha okay ich habe eine tuchel ich guck mal hier kurz raus so wir haben bei den Trophäe aufgenommen ich sehe niemanden also wir können raus ja das ist gut dann müssen wir ich sehe auch kann meine waschmaschine schleudert das hört sich echt wieder an ich habe gerade ein zombie noch mal tschüss gesagt auch nichts vorsicht hinter dir alter das war knapp diese scheiß hunde ist gut aus für uns finde ich auch ich habe bis jetzt kein weiter gesehen ich habe eine option habe ich noch zum gucken die ich mir noch mal auf ich glaube die sind alle weiter weg das wäre natürlich top das wäre schon die zweite runde die funktion ja gerade zweimal die spinne ich finde ja so ätzend okay vielleicht mag sie mich ja auch nicht alter die erste gemessen hat ja ich will nicht so laut sein ja stimmt ich gucke jetzt noch mal hier sind auch keine hier ist auch alles clean vorsicht die ddddd die pistole muss ich auch noch mal laden kann man beim laufen so machen sind rechter theoretisch kannst du mit vier spieler spielen und stellst jeden an einem ausgang und wartes bis irgendwer raus rennt und dann kann man mit drei spielen stimmt ja genau geht ja nur mit drei es sei denn man macht zwei zweier teams die spielen verbinden sich dann so aber okay das macht ja keinen sinn punktemäßig ich denke auch nicht gibt es ja noch irgendein zombie oder so aber dann kann man ja gleich 323 teams machen ein gegebener weit und breit ist das eigentlich wenn man jetzt aus der zone hier raus läuft also auch schon wieder so so